Bödi und Halsband! Haar Schlacht! Haar Schlacht! Du Haar Schlacht! Haar Schlacht! Haar Schlacht! Du Haar Schlacht! Haar Schlacht! Haar Schlacht! Haar Schlacht! Du Haar Schlacht! Nur weil ich mal ein bisschen Feuerwehrkaketen im Jägerofen durch die Jägerchemie gestartet habe. Und waseli was? Ist die ganze Küche gsi? Ja, ja. Schwarz vom Ruess. Ja, safe. Dann könnten wir zum Oberjägermeister Brunzli gehen und wenn er wieder mal rumschimpft und uns verscheuchen will, dann könnten wir sagen, stopp! Musch aufpassen! Wir haben Recht! Werdi nur wenns ungerecht isch, jetzt weisch das nüt allein gebisch. Und dann er so, Haar Schlacht! Leo! Keineint weiter! Ich sag ihm würd, dass er ein doof Typ boll mit neem lliebes Nebelgruess! Also ich würd ihm grad an das Haus markiere! Weristan hatten? Ilseabte! Da mache ich also nicht lange. Frech sein bringt voll nichts. Weil dann wird es nicht besser. Der Nachbar wird dann nur noch böser. Lass, Leo, ich suche dir jetzt mal alle Kinderrechte zusammen. Und das sind im Fall viele. Ihr Kinder haben ganz viel Recht. Hast du das gewusst? Ja, Marius, das ist jetzt lustig. Ich habe ja auch meistens Recht. Ja, ja. Ja, ja.